Das ist das Unboxing Video von neuen Nokia Asher 311 Das ist das Nokia oder Asher Das ist der Kopfhörer von den Nokia Und hier ist das Ladekabel von Nokia Das ist die Anleitung Zeig mal Das ist das Ladekabel Das ist das Ladekabel Das ist das Ladekabel Das ist das Ladekabel